Wie ich die Welt sehe ist ein Kartenspiel für zwei bis zehn Spieler aus dem Jahr 2004. Das erstmals bei Vater Morgana verlegte Spiel des Schweizer Spieleautors Urs Horst Hedler belegte beim à la carte Kartenspielpreis 2005 den dritten Platz und erhielt von der Jury des Spiel des Jahres einen Platz auf der Empfehlungsliste, Idee und Material. Ähnlich wie bei dem im Jahr 1992 erschienenen Spiel Der wahre Walter muss in einem Satz ein Platzhalterwort ersetzt werden. Das Spiel besteht aus zwei Kartentypen, 56 Meine-Welt-Karten und 392 Eskarten. Auf den Meine-Welt-Karten steht ein Satz mit einem Platzhalter-Symbol. B. Ich fände es sehr reizvoll, fern steuern zu können. Die Eskarten bestehen aus Namen oder Bezeichnungen von Objekten oder Personen. B. Ein Trostpreis oder Snowboarders. Ziel des Spieles ist es passende Antworten für die Wölkchen der Meine-Welt-Karten zu finden. Spielablauf Ein Spieler liest eine Meine-Welt-Karte vor. Jeder Mitspieler legt nun eine Eskarte aus seiner Hand verdeckt in die Tischmitte. Vom Eskarten-Reserve-Stapel wird ebenso eine Verdeckter zugelegt. Der Spieler, der an der Reihe ist und die Meine-Welt-Karte vorgelesen hat, mischt nun die Eskarten und deckt sie auf. Er wählt anschließend diejenige aus, die er für die passendste Antwort für den Platzhalter im Satz der Meine-Welt-Karte hält. Derjenige, der die passendste Karte gelegt hat, bekommt einen Siegpunkt und ist der nächste Spieler, der eine Meine-Welt-Karte vorlesen darf. Wurde als passende Antwort die Eskarte des Reserve-Stapels ausgewählt, so wird dem Spieler ein Siegpunkt abgezogen. Nur diejenigen Mitspieler, deren Antwort nicht ausgewählt wurde, ergänzen ihre Eskarten-Hand mit einer Karte vom Reserve-Stapel. Der Siegpunktestand des einzelnen Spielers minimiert also die Anzahl der Eskarten, die er auf der Hand halten darf. Wurden beispielsweise die Antworten eines Spielers bereits dreimal ausgewählt. So hat er für die kommenden Spielrunden drei Karten weniger zur Verfügung, wodurch die führenden Spieler ein Handicap erhalten. Mit weniger Eskarten auf der Hand wird es schwieriger, eine passende Antwort bei der nächsten Meine-Welt-Karte zu finden. Gewonnen hat derjenige Spieler, der eine vorgegebene Anzahl Siegpunkte überschreitet. Meine-Welt-Karte Eskarte Wurden-Karte 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 Wurden-Karte